Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shaman King Master of the Spirits Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und jetzt gehen wir weiter Vogeltot Okay, muss ich hier hoch? Ja, ich muss hier wohl hoch Wie ist es aus? Oh Leute Ich mach nochmal von euch Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shaman King Master of the Spirits Und wir sind hier nicht stehen geblieben Äh, lol Schmeiß mal deinen Stein Dankeschön, dass du gestorben bist Nein, Mist Verdammt Wir sind bald am Ende, na Könntest du bitte sterben? Dankeschön Och Chloe Wie viel Mann muss ich dich jetzt einsetzen? Noch so eine Oh Mann, Moment, ich hasse Chloe langsam Nicht Okay Okay So ist es, hätten wir hier Mami Boah Leute Wo sind wir hier eigentlich? Das frage ich mich jetzt gerade Äh, nein Bogenschützen Oh Mann Ah, ich geh einfach weiter Ignorieren wir Nein, ich muss da hoch Lol Okay, ich muss wohl Säufig sind wir hier Säufig sind wir hier Okay, da runter geh ich nicht Äh, lol Oh Mann Ich flipp langsam echt aus Ich frage mich woran es leckt Im letzten Part habe ich Antivirus Angelassen Weil ich gedacht hatte ich ein Virus Aber ich habe keins Okay gut Ja gehen wir weiter Wir haben ja noch Zeit Grand Hau Dragon Ich habe Togagero weggemacht Irgendwie komisch Ich gehe einfach weiter Ich will das nicht Ich ignoriere dich einfach Grand Hau Dragon Ich brauche Lipai Long Lipai Long Ich ignoriere das Das muss sein jetzt Weil wir auch mal Safe Staten Bye Bye Oh Mann Weil das Ding ist zu stark Ich habe das Offscreen Als ich Das mal Offscreen gespielt habe Nie gepackt Ja wir sind Oh Mann Das ist so spannend Jetzt gerade Leute wir sind bald da Beim Endboss Beim Magister Und dann Es ist vorbei Wir haben die Welt gerettet Und Und ich habe nichts mehr zu essen Verdammt Und ich setze irgendwas ein Ich speichere mal lieber Sicherheitshalber Ich schmeiße mich hier mit Au Hier muss ich gar nicht entlang Aber doch Leute ich muss speichern Weil ich will nicht verlieren Ich gehe mal runter Hier sind Eismänner Kein Plan wo ich jetzt hin muss Meine Fresse Okay Oh cool Dankeschön Jetzt kann ich hier auch speichern Man muss keine Panik haben Dass ich das verliere Okay Ich muss nach oben Wie es aussieht Oh lo Ah Ich hasse Bombenschmeißer Was hat ihr denn hier für eine Armee Oh Oh meine Fress das mal in der Armee Ich ignoriere die unten einfach mal Einfach mal ignorieren Und danke für dein Sushi Nicht Wundern Wundern Wieso ich die ganze Zeit Sazedate Einfach nicht ignorieren Ich gehe mal hier durch mit Mama Oder Mama ist ja ganz nah unten Mama hier Ah hier ist der Schlüssel Gut Jetzt kann man hier mal Sazedaten Speedtaster Okay Okay Los Okay Äh lol Oh ich hasse dich Magier Chase Was hält mir hier Was hält mir hier Was hält mir hier Was hält mir hier Gehen wir weiter einfach Das ist doof. Boah, Leute. Ich möchte doch nur ein paar nach Hause zu meiner Mama. Oh, lol. Oh, nicht. Kann ich nicht mal mit einem Schlag besiegen? Oh, was ist mit mir los? Oh. Ich bin so dumm geworden, dass ich nicht mehr meine Gegner besiegen kann. Oh, no, no, no. Du attackierst mich nicht. Oh. Oh, ich... Mami. Hä? Oh, da ist Anna und der kleine Renn. Sieht ganz so aus, als ob der Kampf gegen Magister endlich näher rücken würde. Danke, dass du mir zur Seite gestanden hast, Manta. Manta! Renn, ja, Renn. Boah, wir kommen noch Renn. Manta. Aber jetzt solltest du zur Herberge zurück. Komm nicht denn, frage. Ich bleibe bei dir, Jo. Du bist mein bester Freund, Manta. Ich will dich nicht in Gefahr bringen. Er hat recht. Du wirst immer nur am Weg stehen. Du auch, Anna. Geh mit. Manta, zurück zur Herberge. Bist du verrückt geworden? Ich bin Anna, das Geistermedium. Die zukünftige Frau des Schamanenkönigs. Ich werde bis zum Schluss an deiner Seite bleiben. Komm schon, versuch mich zu verstehen. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Kampf mein Schicksal ist. Manta, Anna, Jo, und ich werden von jetzt an alleine zurückkommen. Baba, ich habe jetzt nicht gelesen, was er gesagt hat. Scheiße. Der Ankampf ist nichts für Frauen und Kinder. Aber Jo ist auch ein Kind. Hahaha, das ist wohl wahr. Na gut, ich gehe zurück. Sorry. Musste aufstoßen. Na gut, ich gehe zur Herberge zurück. Aber während ich weg bin, solltest du meine Shigigamis mitnehmen. Zengi und Koki. Oh, danke. Koki? Zengi? Sei vorsichtig, Geo. Bitte komm in einem Stück zurück. Na klar, pass auf mich... Na klar, pass für mich auf Anna auf. Jo, bitte verliere nicht, weil ich dich nicht verlieren will, ja? Hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich schaffe das schon. Ich werde einen Weg finden. Tschüss, Anna und Manta. Manta. Mein letzter Kampf. Ist das gleich? Oh, Leute, Leute, Leute. Der letzte Kampf. Der letzte Part. Oder auch nicht. Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber... ...kaufen. Was kann ich mir denn kaufen? Ich kaufe mir jetzt schon mal... ...drei Hamburger. Nudeln kann ich mir jetzt nicht kaufen. Gegengifft? Nein. Ein Hotdog. Noch ein Hotdog. Und ein Sushi. Ich weiß, dass es sicher nicht geht, aber ich save state jetzt hier und jetzt. Machen wir es. Wir gehen zum letzten Kampf. Magister. Ihr habt es also doch noch geschafft, aber ihr kommt zu spät. Ich habe die Seiten des Schamanenbuchs gefunden, auf der das geheime Ritual beschrieben wird, nachdem ich gesucht habe. Was? Nun ist die Zeit gekommen, Matthias in diese Welt zurückzubringen. Hör mal, Magister. Ich weiß ja nicht, was dein Problem ist, aber ein wahrer Schamane verhält sich nicht so. Er nimmt den großen Schamanenturnier teil und kämpft fair. So wird man Schamanenkönig. Schamanenkönig, großes Schamanenturnier? Lächerlich. Solche Absurditäten kümmern mich nicht. Die macht irgendeines Schamanenkönigs. Schamanenkönigs ist mir völlig egal. Wieso wirst du dann Matthias wieder zum Leben erwecken? Um jeden einzelnen von euch bescheulichen Schamanen von Angesicht der Welt zu zielgen. Ihr habt meine Familie zerstört. Wovon redest du? Meine Familie war der einst eine Familie von Schamanen mit unvergänglichem Furiyoko, aber wir mochten das Kämpfen nicht. Deshalb weigerten wir uns, um großen Schamanenturnier teilzunehmen. Wir haben einfach friedlich vor uns hingelebt. Doch die Schamanen dieser Welt fühlten sich von unseren gewaltigen Furiyoko bedroht. Daher kamen sie zu unserem Haus und vernichten unsere Familie. Meine Frau, meine Söhne, meinen Sohn. Deshalb werde ich Matthias Macht einsetzen, um euch barbarischen Monsters auszulöschen. Ihr denkt nur an euch selbst. Das ist eine schreckliche Geschichte. Aber die Schamanen, die an diesem Turnier teilnehmen, sind nicht alle böse. Wenn die Verbrecher, von denen du sprichst, daran teilnehmen, dann werde ich dir helfen, sie zu bekämpfen. Aber du solltest dich beruhigen, Magister. Sei still. Jede Schamane auf dieser Welt ist mein Feind. Alles steht bereit für die Wiederherstellung von Mephies. Jetzt in wenigen Augenblicken wird er sich erheben. Was? Ich werde euch in die Flammen des Infernos schicken. Was? Aber Leute, erst wenn ich ihn bekämpfe. Ich muss erst mal was gucken. Silberhorn. Damaro. Nisba. Okay, ich werde erst mal ein bisschen Aufrüstung hier machen. Angriffskraft. Ich brauche Angriffskraft. Angriffskraft, Verteidigung, mir scheißegal. Lol. Habe ich nichts zum Angriff... Ah, die meinte Nisba, was erhöht die Abwehr so. Ich brauche irgendwas zum Abwehren. Habe ich jetzt etwas für... Alles? Da, Angriffskraft. Ian. Okay. Ich werde erst mal gucken, ob es mit Abwehr gibt. Nix. Doch, da war doch gerade was. Abwehr, Abwehr, Abwehr. Ich brauche was für Abwehr. Nichts? Oder... Oh, sorry. Das habe ich einfach... Okay, lassen wir einfach die hier so safe-stateig jetzt. Die vergiften mich? Oh, die explodieren. Leute, das ist ein spannender Kampf. Oh, was bist du denn? Und tot. Safe-stateig jetzt hier. Oh mein Gott, das ist der letzte Kampf. Und er ist tot. Leute. Safe-statein. Leute, das ist der letzte Kampf. Und ich will jetzt hier diesen Part verpacken. Scheißegal, wie lange das dauert jetzt. Scheiße. Entschuldigung. Wie? Wie konnte er einen Winzling wie du mich besiegen? Sag nichts. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Sorry. Du bist ein Sohn, Ayana. Mephias ist wieder unter uns. Und du hast nichts anderes im Sinn, als mich zu retten. What the fuck? Das ist Mephias? Oh mein Gott. Das ist Mephias. Oh mein Gott. Wo bin ich? Was ist geschehen? Ich fühle, wie die Wärme des Lebens mich durchströmt. Mephias, ich war derjenige, der dich in diese Welt zurückgebracht hat. Du wirst für mich arbeiten. Ich bin zurückgebracht worden, damit ich als Schamanenkönig wieder Chaos verbreiten kann. Ha, 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 ha. Zuerst musst du diesen Rötzlöffel eliminieren. Wer bist du, dass du mir Befehle gibst? Du bist derjenige, der eliminiert werden sollte. Ha, 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 ha. Tschüss, Magister. Ha, 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 ha. Magister, Mephias, wie konntest du nur? Noch so ein kleiner Wandelwadenbeißer. Du bekommst, äh, du kommst als nächster dran. Das wirst du büßen. Äh, das wirst du büßen. Aber erst mal aufladen. So kann ich ihn nicht bekämpfen. Äh, was? Einfach... Leute! Äh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, und jetzt? Äh, was ist so... Okay, bis... Oh man, Leute. Das ist ein spannender Kampf. Oh, Feuer, Feuer. Ah. Leute, das ist spannend. Das ist das Letzte. Äh, nicht. Au. Und wieso ist mein... Oh man, Leute. Ich muss nochmal... Save State landen. Ich liege da auf dem Boden. Ich muss aufpassen. Oh man, was ist das denn für ein K... Schei, Dings. Halt. Okay, ich muss aufpassen. Oh, was mache ich denn da für ein... Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part von Charmant King Master of the Spirits. Und wir sehen uns im nächsten Part von Charmant King Master of the Spirits.